Hau ab! Ihr kriegt kein Gold. Ihr nicht. Da müsste ich aber klar im Vorteil sein, das bin ich auch. So schnell deren Eisen nehmen. So schnell. Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer schönen Runde Minecraft Bad Wars. Und das auf der Juden-Map Empire. So, ich sehe mal dazu, dass wir ein bisschen Bronze kriegen. Damit wir uns zumindest schon mal die Standards-Sachen holen können. So und so. Eisen haben wir noch nicht gekriegt, schade. Ähm... Doch, das war richtig. Klamotten wollte ich mir gerade schnell holen. Und natürlich noch was zu futtern. So. Perfekt, jetzt können wir uns auch ein Schwert und ein bisschen Rüstung mehr kaufen. Na komm, nix einfaches Inventa. So. Und ein paar Blöcke wieder rum. Oh Leute, baut doch einfach eine Treppe. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, hauptsache man ist schnell beim Gold, ne? Und stirbt dann auch noch schnell. Das ist unserer, das ist unserer. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir ganz schnell hier rüber. Und versuchen das Team auszuscheiden. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Perfekt. Was? Da wurden zwei Werte gleichzeitig ausgescheidet. Nicht von uns, oder? Nee. Glück gehabt. Puh. Müssen wir aber gerade mal so ein bisschen auf die sichere Nummer hier gehen. Und holen uns mal so ein paar schwerere Blocks. Dazu noch das. Ein paar normale Blocks dürfen natürlich auch nicht fehlen. Blocks oder Blöcke, mir doch egal. Hauptsache, das Bett ist gleich sicher. So. Und dann holen wir uns noch ein bisschen was zu futtern natürlich. Damit wir nicht einfach wegen Hunger verrecken. Ich finde das immer das, damit das Dürfste was passieren kann. Dann haben wir hier noch ein Eisen. Perfekt. Und dann ziehen wir uns gerade noch die Dreierrüstung. Da ist sie. Eine Kiste natürlich noch. Dann darf ich hier natürlich nicht platzieren. Dann haben wir uns. Die andere Anzige haben wir natürlich noch nicht geholt. Und wer ist denn jetzt noch mit drin? Mit drin ist noch grün. Hä? Ich dachte, wir hätten zwei Betten abgebaut. Ähm. Es wären zwei Betten tatsächlich abgebaut gewesen. War aber anscheinend nicht so. Ich hab gar nicht mal. So, gut. Dann brauchen wir was noch da, das noch da, das noch da. Und dann geht's los. Dann gehen wir gerade mal auf die Suche. Team Blau ist da sehr aktiv. Der ist down. parfait! Nein, nein, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss schon noch was snacken. Shit. Shit, 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 shit. Och Mann, Leute, was soll denn immer... Ich baue da eine Treppe hin, was machen sie? Sie bauen die Treppe natürlich wieder über. Wo ist da der Sinn? Wo ist da der Sinn? So, wieder was zu futtern. Wieder eine Spitzsacke. Macht er jedes Mal wieder so viel Spaß, sich neu auszurüsten. Und ich weiß nicht, warum er ständig... Ich drücke keine andere Taste mit dabei, aber ständig teilt er mir das im Inventar auf. Die Bronze, Eisen, was auch immer. Das ist so ein bisschen nervig, wie ihr euch vorstellen könnt. So, und schnell nochmal ein Eisen. Damit wir uns noch ein Schwert holen können. Und dann würde ich jetzt ganz gerne mindestens so ein Team rausschmeißen. Na komm. So, perfekt. Das ist ja schon wieder mit seinem Knobbeck-Stick. Hau ab. Ihr kriegt kein Gold. Ihr nicht. Da müsste ich aber klar im Vorteil sein. Das bin ich auch. So, schnell deren Eisen nehmen. Dann geht der Auen. Auchschweb, ich muss was futtern. Ich muss ganz dringend was futtern. So, wo seid ihr? Wo kommt der? Wo seid ihr? Hä? Liefen und sich einfach an den Tod stürzen. Das ist... Ich will eigentlich heute nicht so viel meckern. Tue ich aber schon wieder die ganze Zeit. Ja, aber sowas ist doch einfach nur feige. Man kann auch ohne im Bett noch was reißen, aber nein. Man stürzt sich lieber feige in den Tod. Ähm. Ne, so 4 hätte ich ganz gerne. Gut. Unser Bett steht noch. Team Gelb hat allerdings einen Bogen. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber das ist nur noch einer von Team Gelb. Oh, jetzt haben sie das Gold hier wieder zugebaut. Dann springt das immer so weit weg von der Spawnfläche. Ist kein Beinbruch, aber... Bisschen umständlich. So. Sechster haben wir, sieben haben wir. Achte haben wir. Reicht mir fürs Erste. Damit können wir uns nämlich schon stärker am Bogen holen. Jetzt noch nicht hier runterfallen. So. Dann gehen wir hier mal hin. Und noch ein Pfeil. Unserem Dude hier geben wir mal die Rüstung. Und dann sehen wir mal zu. Ja, Gelb lassen war erstmal so. Oder? Na komm. Ich helfe dir. Schade. Den hätte ich ganz gerne noch mitgetroffen. Und dann geht's rüber zu grün. Was wollen wir wetten, dass die sich jetzt einfach nur ganz billig umbringen? Was wollen wir wetten? Und dass die Enten nur da sind zum Trollen? So. Achte, fünfe, viere, dreue, zweie. Ach, guckt euch den Mist an. GG. Na, ne, kommt. Da schreibe ich nicht mehr mehr. Ich frage mich, warum man dann überhaupt da mitspielt. Um sich dann nur hinzustellen. Also da wären wir mal eine Zeit einfach zu kostbar für. Juh, da scheinen manche andere anders zu sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn das der Fall ist, klar, gerne den Daumen nach oben geben. Und dann sehen wir uns die Tage wieder, wenn ihr Bock habt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann auch rein. Ciao.